Rekordschulden, Massenzuwanderung und von Rot und Schwarz durchgepeitschte Gemeindezwangsfusionen. Auch vor unserem schönen Steirerland haben die Zerfallserscheinungen nicht Halt gemacht. Es ist genug. Nur mit Entschlossenheit und der Bereitschaft zu grundlegenden Veränderungen können diese Missstände behobt werden. Die FPÖ Steiermark ist entschlossen. Als Partei aus dem Volk und für das Volk stellen wir uns der rot-schwarzen Unfähigkeit entgegen. Frisch, dynamisch und mit vollem Einsatz für die Steiermark. Denn die FPÖ ist die einzige Alternative. Eure Chance auf Revanche. Für Rekordschulden, Massenzuwanderung und Zwangsfusionen. Deshalb am 22. März. FPÖ.